hallo mein lieber zwilling und auch hallo an alle anderen die eingeschaltet haben schön seid ihr alle hier herzlich willkommen auf meinem kanal wika stern lieber zwilling lieber zwilling heute schauen wir uns die karten an für den monat mai wir schauen uns dein hauptthema an was auf dich zukommt der rater karten und wie immer was liegt im schatten lieber zwilling vergiss bitte nicht dass eine allgemeine legung das heisst es kann nicht für alle passen und darum ist es auch wichtig dass du wirklich auf deine innere stimme hörst und diese auch vertraust weil sie sagte ganz genau welche botschaften von dir gehört werden müssen und welche eben nicht lieber zwilling werde jetzt neu mit extended reading anfangen aber nicht bei allen videos einfach als information was dich fragt warum gibt es bei einigen videos extended readings und bei anderen nicht das sind sofort setzungs videos die man auf meiner webseite dann erwerben kann einfach für dich als information und auch wenn du das gefühl hast du brauchst einmal ein persönliches reading biete ich das auf meiner webseite an link ist weiter unten ja lieber zwilling fangen wir doch an dein hauptthema dein hauptthema was musst du wissen mein weiss sagungen weiss sagung entschuldige ich habe das gefühl bekommst ein zeichen achte dich unbedingt auch jetzt schon auf engelszahlen auf versteckte botschaften vielleicht schamanische krafttiere wie krähen feder also auf federn vögel auf schmetterlinge achte dich wirklich darauf bekommst du ein zeichen vom universum weil du wirst eins erhalten irgendeine botschaft nehme ich hier ganz stark war kann auch eine begegnung sein die dich an etwas erinnern wird oder die dir irgendeine antwort geben wird nehme ich war irgendeine kurze begegnung kann ein kurzes gespräch sein mit einem kunden mit einem nachbarn und aus diesem gespräch bekommst du ein zeichen machen wir weiter mit dem tarot ich lege die nur ein bisschen zur seite so was ist dein hauptthema im mai zwilling der wagen krebs energie vielleicht hast du es mit einem menschen zu tun im sternzeichen krebs könnte auch thema umzug aufkommen thema reise aber etwas kommt oder jemand kommt ganz schnell auf dich zu weil der wagen ist immer eine schnelle karte jemand nimmt die zügel in die hand und steuert in eine richtung entweder bist du es der die zügel in die hand nimmt oder jemand anderes und steuert auf dich zu justice justice thema balance und entscheidungen es könnte eine ablösung kommen nämlich war weil justice ja auch die karte der trennungen und wenn ich sage trennungen meine ich jetzt energetische trennungen zum beispiel von alten glaubenssätzen von irgendetwas was dich am vorwärts kommen aufhält also dich ein bisschen blockiert trennung von einer blockade habe ich ganz stark das gefühl schreibe mal die kleinen karten warum der wagen zwilling oha du könntest ein angebot bekommen plötzlich eine chance oder ein eine person könnte unerwartet auf dich zu kommen könnte jemand sein wo du vielleicht schon länger kein kontakt mehr hast muss aber nicht das könnte auch eine entschuldigung sein fische energie oder eine chance auch ein angebot für eine neue stelle oder irgendein vertrag könnte sein schauen wir mal weiter mit was musst du sonst noch rechnen was musst du sonst noch rechnen die hohe priesterin was musst du sonst noch rechnen zwilling der turm die mässigkeit ui ein bisschen acht geben einige werden vielleicht ungewollt schwanger nehme ich wahr natürlich nicht alle oder ihr gegenüber wird ungewollt schwanger aber nicht alle natürlich ganz ganz wichtig geht es nicht irgendwie achterschwerter blockade energie warum der turm dazwischen warum irgendetwas passiert hier ich habe das gefühl etwas stürzt in sich zusammen ich habe aber eher das gefühl eine blockade stürzt in sich zusammen weil die hohe priesterin eine sehr spirituelle karte kann auch vorbote sein mit einer seelenverbindung vielleicht hast du es mit einer seelenverbindung zu tun oder auch das thema wer bin ich oder was möchte ich ich habe das gefühl hier kommt ein starkes bewusstsein und das rüttelt etwas auf und durch dieses auf rütteln wird aber gleichzeitig irgendetwas in gang gesetzt was entstehen möchte oder am entstehen ist dann aber langsam schauen wir mal genau rein warum die hohe priesterin zwillingenergie zwilling kann sein dass sich hier jemand wieder meldet wo du eine seelenverbindung spürst wo du vielleicht längere zeit keinen kontakt hat ist könnte sein muss aber nicht oder dass dir durch eine pause ruhepause irgendetwas bewusst wird rückzugsenergie kann auch sein dass sich dein seelenpartner zurückzieht falls du gerade jemanden so hast die welt irgendein kreislauf möchte sich schliessen könnte auch etwas aus dem ausland sein was du eine fernbeziehung hast warum der turm warum ja was habe ich gesagt blockaden die zusammenbrechen achterschwerter du vernichtest irgendeine energetische blockade ist sehr gut warum die herrscherin warum wow zehn der münzen ui hier passiert etwas ganz gut ganz 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 gut irgend es ist es fühlt sich fast so an als würde man einen ersten schachzug machen oder den ersten dominostein für das glück setzen aber fällt noch nicht ist noch nicht so weit aber der erste schritt wird gemacht kann auch thema beruf sein dass du hier irgend etwas neues ins leben rufst kann auch mal nur energetisch gedanklich sein aber es wird dich zu zehn der münzen führen falls du jemanden hier hast also jemanden kennenlernst oder eine seelenverbindung auf dich zukommt könnte hier etwas entstehen schauen wir mal weiter lieber zwilling ja ganz stark vergangenheitsperson und jetzt ganz wichtig wenn ich sage vergangenheitsperson meine ich nicht zwingend vergangenheitsperson aus diesem leben es kann auch sein dass in diesem leben dass das das erste treffen ist aber du kennst die person schon aus einem vorherigen leben muss nicht das zweite treffen in diesem leben sein kann auch das erste treffen sein ganz ganz wichtig vor allem für die die jetzt denken nein vergangenheitsperson ich meine das energetisch gesprochen ich hole schnell die andere karte einen moment hoch so die kraft das haben wir unter dem deck drei der kelche die kraft ins tiefe vertrauen kann sein dass ein jemand aber mit löwe energie auf dich zukommt oder du findest das vertrauen zurück oder ihr findet das vertrauen zurück oder du findest das vertrauen zurück weil hier kommt eine chance aus der münzen chance für reichtum chance für stabilität erfolg oder innere reichtum oder ich wenn ich sage erfolg das muss nicht unbedingt beruf sein das kann auch erfolg für dich selbst sein in der liebe weil erfolg ist immer definitions sache ganz wichtig für eine person ist erfolgreich zu sein wenn man irgendeinen titel hat für andere person ist es wenn man ein dickes bankkonto hat und für eine andere person ist es die selbstverwirklichung total definitions sache darum ganz wichtig hier kommt eine chance für das glück für das vertrauen fühlt sich an wie eine zweite chance die du hier irgendwie bekommst irgendeine zweite chance entweder mit einer person oder mit einer idee oder mit einer energie weil hier sechster kelcher vergangenheits energie und die liebenden hier kommt eine vergangene liebe zurück und eben ich wiederhole das kann auch die erste liebe in diesem leben sein aber in ein in einem anderen leben war das schon liebe so meine ich das hier kommt eine liebe zurück die schon mal geliebt wurde und ein tiefer herzens wunsch eine sehnsucht aus dem herzen kommt zurück tiefe sehnsucht warum die kraft ja hier kommt etwas oder jemand etwas wird in gang gesetzt aus der münzen ja weil du verlässt hier den alten pfad du lässt diesen pfad hinter dir lieber zwilling warum ritt der stäbe könnte auch jemand sein wo du nur eine affäre hattest falls du diese person schon kennst oder diese person oder diese idee oder was auch ist diese erinnerung dieser gedanke kommt plötzlich schnell ja irgendeine dritte idee eine dritte person irgendetwas kommt zurück etwas möchte zurückkommen in dein leben und dir wie eine neue chance geben und eben ich sage es jetzt nochmals nicht falsch verstehen hör auf dein gefühl jetzt nicht wenn du auf einen ex partner wartest und klammerst und wartest und diese vielleicht schon verheiratet ist heisst das nicht dass diese person zurückkommt vielleicht ist eben eine person aus einem vorherigen leben du musst schon richtig verstehen ganz ganz wichtig weil ich bin mir nicht sicher ob du diese person schon kennst oder ob das wirklich so eine person ist die in diesem leben das erste also dass du diese person das erste mal siehst also je nachdem nimm so wie du das gefühl hast kann natürlich schon sein dass für einige person unter euch diese person eben schon kennen scheinen wir mal weiter was ist denn der rat der karten für das ganze ja schliesset einen kreislauf ab schliesse einen kreislauf ab mit der welt mit neun der schwerter ängste wirklich diese alten ängste loslassen triggerpunkte loslassen hinschauen und verarbeiten nicht unter den teppich kehren sage ich mal irgendeine angst will abgeschlossen werden was liegt im schatten drei der stäbe eigentlich hat sich dein ziel offenbart oder ein ziel wird sich offenbar irgendetwas wird sich offenbaren kann aber sein dass du es nicht so vielleicht hat es dir hat es dir schon offenbart irgendein ziel ein wunsch aber du hast es noch nicht richtig realisiert weil es kommt etwas neues dazu oder du hattest viel dreier das heißt etwas drittes kommt zu dir etwas neues möchte von dir beachtet werden das ist dir vielleicht nicht bewusst was dir vielleicht auch nicht bewusst ist dass du genau hinschauen solltest welcher weg ist der beste vielleicht ist eben der weg den du im kopf hast vielleicht ich mache weiter im extended ich werde es dir unten verlinken falls du das gefühl hast dieses reading resoniert ganz ganz stark mit dir darfst du gerne weiterschauen eben link ist in der bio und für alle anderen danke vielmals fürs zuhören zuschauen bis zum nächsten mal ciao